Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine super Kollektion mit Paw Patrol Figurinen. Lasst uns alle sehen. Wow, wie viele es sind. Machen wir ein bisschen Platz, damit wir sie in Ordnung stellen können. Da haben wir Reiter, mit einer Kappe. Nochmal Reiter, aber dieses Mal mit einem Schutzhelf. Und schon wieder, mit einem Schutzhelf. Wir haben drei Reiter. Jetzt folgt Rabel. Diese ist die klassische Figur. Wow, er kann auch graben. Er hat eine Maske drauf. Rabel mit einem Schutzhelm. Schaut gut aus. Und hat auch eine neue Ausrüstung. Und diese ist die neueste Version von Rabel. Man kann sehen, dass die Farbe ein bisschen anders ist. Insgesamt haben wir fünf Rabel. Jetzt folgt Chase. Eine so kleine Figur. Der echte Chase. Ich meine der größere. Er ist gekleidet für eine Expedition. Und diese ist die klassische Figur von Chase. Schaut mal, er kann auch rennen. Und Chase mit Funktionen. Wenn wir auf die Insigne draufdrücken. Tada! Versuchen wir es nochmal. Komm schon. So. Alle zu euren Plätzen. Wow. Und er hat auch eine Motorausrüstung. Mit Schutzhelm und Stiefeln. Jetzt sehen wir Marshall an. Diese ist die klassische Figur. Wow. Marshall, der hält. Und die letzte Figur von Marshall. Super. Er hat auch eine Funktion. Und eine tolle Farbe. Der nächste ist Suma. Auch winzig klein. Da haben wir noch einen Suma. Der auch fliegen kann. Schaut mal. Bang. Nochmal. Oh, eine Ausrüstung für die Expedition. Wie Chase es auch hat. Dieser ist mein Liebling, Suma. Mir gefällt die Farbe. Und er kann auch fliegen. Und er kann auch fliegen. Uff, uff. Die kleine Sky. Sie kann auch fliegen. Schaut mal. Wow. Und noch eine Sky. Sie ist genauso wie die andere. Nur die Farbe ist ein bisschen verschieden. Jetzt folgt Everest. Die klassische Figur. Und noch eine. Diese schaut viel besser aus. Es gefällt mir. Und hat auch eine Funktion. Mit dieser bricht sie das Eis. Wisst ihr, wer das ist? Es ist Trecker. Natürlich. Immer fertig für die Expedition. Uff, uff. Oh, wir haben auch den Roboterhund. Die klassische Figur. Er kann nur den Kopf drehen. Uff, uff. Es ist uns noch Rocky geblieben. Er beschäftigt sich mit dem Recycling. Uppala. Wir haben insgesamt drei Figuren. Ich glaube, er kann auch sein Werkzeugkasten öffnen. Ich hatte recht. Da hat er zwei tolle Werkzeuge. Und die letzte Figur. Ist wie die vorherige. Nur die Farbe ist anders. So, jetzt haben wir alle gesehen. Aber ich habe noch etwas für euch. Ich habe die Fahrzeuge von Marshall gebracht. Schaut mal. Mit das kann er fliegen. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.